ok es ist der boss machen wir noch den falls wir ihn schaffen und dann machen wir noch ein bisserl mk8 action er sagt schon fast das nicht an da kommt gleich ein monster hoch und ich denke mir schon was es ist steigende lava oder halt schatten lava und wir müssen fliegen aber das wird nicht das wohl nicht das einzige sein was wir machen müssen oder nein das ist nicht das einzige asht an aber gut dass da ein checkpoint war genau ich mag nicht lila sein shit guck 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 gu Hätte ich früher bemerken sollen. Komm. Ja, das war's. Okay, zuerst der da. Diese Legs, ey. Kackspiel. Okay, vielleicht bin ich da, gleich bin ich da, Freundchen. Halt durch, halt durch. Nein, du sollst springen. Die Nase juckt. Okay, bleib da. Ich sehe, was ich für dich tun kann, und du sollst springen. Wie oft soll ich das noch sagen? Jetzt halte ich extra meinen Finger vor, diesen springen Knopf. Wieso haben die das auch an die Schultertasten gemacht? Ich verstehe es nicht. Hä? Achso, das muss schnell gehen. Oh, Gottes Willen. Nein. Aber gut, dass da jetzt ein Checkpoint war. Das war jetzt, glaube ich... Oh, nein, 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 nein. Wieso müssen die sich jetzt bewegen? Die wollen es noch schwieriger machen, oh Gott. Damit wir jetzt auch gleichzeitig... Ich verstehe es nicht. Okay. Dann gleichzeitig. Du sollst springen! Oh Gott, 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 das schräg ist. Wieso? Wieso? 1, 2, 3. Das sollte einmal reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Du kommst darüber, du gehst weiter. Komm, 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 komm. Ich werde wenigstens den Checkpoint bekommen. Was ist hier los? Nein, 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 das brauchen wir. Explodier halt. Oh Gott, ist der jetzt nah? Oh Gott, wie schwarz der ist. Das ist ja kein Lila mehr. Komm, 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 wächst mit dir, wächst mit dir. Ist doch nicht wahr, ja, ja. Ist doch nicht wahr, ja, ja. Warum ist der jetzt so weit unten? Ach, halt das Spiel Mitleid mit mir. Oh, dankeschön. Bringt mir aber nichts. Oh nein, 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 falsche Position. Das war schlecht. Hoffentlich reicht das. Okay, es hat gereicht. Ich habe gedrückt. Ja, ich habe gedrückt. Okay. Verstehe ich es nicht. Aber immer beim zweiten. Immer beim zweiten. Hier. Ja, jetzt wollen die mich noch verarschen. Ja, kommt. Jetzt machen die alles nach der Reihe. Also, bei dem müsste zuerst der gehen. Immer. Das ist einfach am besten, wenn der zuerst geht. Und bei denen muss der zuerst gehen. Und der kommt dann hinterher. Komm, 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 komm. Hä? Was muss ich jetzt machen? Ach so. Na ja, bleib nur unten. Habe ich es jetzt geschafft? Oh nein. Oder? Weg? Oh, was ist das für ein Turm? 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 Untertitelung des ZDF, 2020